Aktuell ist Lavinia Wollny schwanger und erwartet ihr zweites Kind. Im Februar 2022 brachte die junge Mama bereits ihre Tochter Hayley durch einen Kaiserschnitt zur Welt, jetzt schwelgt sie erneut im Babyglück. Doch nicht nur mit Freude blickt Lavinia auf die bald anstehende Geburt, sondern auch mit Sorge. Auf Instagram stellt sich die Wollny-Tochter den Fragen ihrer Follower und diese sind sehr interessiert an ihrer Schwangerschaft und der in wenigen Wochen bevorstehenden Geburt. Unter anderem fragt ein User, ob Lavinia plane, das zweite Kind ebenfalls durch einen Kaiserschnitt zu entbinden. Für Lavinia ist das keine einfache Frage, wie sie in ihrer Instagram-Story ausführt. Das steht noch nicht fest. Ich möchte gerne eine normale Geburt, damit ich danach nicht so eingeschränkt bin mit zwei Kindern. Bei Hayley war ich nach dem Kaiserschnitt wochenlang mega eingeschränkt. Ebenso ist dabei Lavinias vorherige Geburt zu berücksichtigen, wie die Wollny-Tochter teilt. Das alles muss aber noch mit dem Arzt im Krankenhaus abgeklärt werden, ob das überhaupt möglich ist, wegen dem Kaiserschnitt im Februar 2022. Lavinia fragt ihre Fans unter ihrer Antwort, ob diese ein Update zur Geburt wollen. Die Follower des Die Wollny-Stars sind sich einig, dass sie auf dem neuesten Stand bleiben wollen. 's tief站ig – willkommen. – – – – – Bis zum nächsten Mal.